38. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Zum Jahresauftakt kommt es zum Duell der Iserlohn Roosters gegen die Löwen aus Frankfurt. Der Tabellenelfte spielt gegen den Tabellenneunten um wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Qualifikation. Iserlohn mit der ersten Möglichkeit in blau gekleidet. Daugavinc zögert da aber etwas zu lange. Dann kommt der Schuss und Jake Hildebrandt im Tor. Der Löwen aus Frankfurt ist zur Stelle. Das erste Drittel gehört den Roosters, die mit Anker diesen Pass spielen. Und dann ist die Scheibe im Netz. Tim Bender, dritter Saisontreffer für den Verteidiger. Aber überragend auch der Pass von Thorsten Anker quer durch das Drittel der Löwen. An Freund und Feind vorbei. Bender mit dem 1 zu 0, 17. Spielminute. Aber Frankfurt in Überzahl mit einem Mann mehr. Also und dem Ausgleich. 18. Minute, 56 Sekunden liegen zwischen dem 1 zu 0 und dem 1 zu 1. Und die Topreihe hat zugeschlagen. Dominik Bock mit dem Ausgleich. Er ist auch da sofort abgezogen. Kurze Ecke. Jedecke kommt nicht schnell genug auf die andere Seite. Gary Fleming trotzdem nicht zufrieden mit seiner Mannschaft in diesem ersten Drittel. Rein also in den zweiten Abschnitt. Und wieder gehört die Anfangsphase. den Roosters. Und wieder ist der Puck im Tor. 2 zu 1. 23. Spielminute. Hier kommt der Schuss. Und dann ist Hubert Labrie mit seinem Schläger dran. Hier sieht man es noch mal besser. Buschmann mit dem Schuss. Und dann Labrie fälscht unhaltbar für Hildebrand ab 2 zu 1. Frankfurt im zweiten Drittel aber viel besser. Mit einer Vielzahl an Möglichkeiten. Hier Dylan Ruck und auch der Nachschuss von Elsner geht dann nicht ins Tor. Aber in der Phase Frankfurt mit 10, 12 guten Schüssen aufs Tor. Trotzdem bleibt es beim 2 zu 1 für Iserlohn. Das Drittel kurz vor dem Ende. Und dann kommt Eric Cornel. 3 zu 1. Iserlohn. 40 Sekunden vor Ende des zweiten Abschnitts. Frankfurt nutzt die Chancen nicht. Iserlohn eiskalt. Das 3 zu 1 für die Sauerländer. Genau in den Knick. Cornels 15. Treffer. Vom Bulli weg aber Frankfurt mit noch einer Antwort. Immer noch das zweite Drittel. Und dann kommt Yannick Wenzel hier an die Scheibe. Und dann ist der Puck im Tor. Nur noch 3 zu 2. Was für eine Gurke, die sich Jenicke da fängt. Aber warum fängt er sich die? Weil Kolinuk Bekili ganz unglücklich aus Iserlohners Sicht den Puck ins eigene Tor abfällt. Dritter Saisontreffer für Wenzel. So geht es also mit einem knappen 3 zu 2 für die Gastgeber in den Schlussabschnitt. Da sind knapp 5 Minuten gespielt. Ankert. Schoß abgefällt. Drutkowski. Wieder die 2-Tore-Führung für die Gastgeber. Und Ankert mit seinem zweiten Assist am heutigen Abend. Das letzte Mal gelang ihm das vor 5 Jahren. Aber Iserlohn hat auch eine. Emil Poirier. Und er macht dann die Vorentscheidung. 54. Spielminute. Der fünfte Treffer für die Roosters. Das 5 zu 2. Schnörkellos. Und auch da keine Chance für Hildebrandt im Tor. Und trotzdem gibt Frankfurt einfach nicht auf. Immer noch 6 Minuten zu spielen. Und Frankfurt kommt noch einmal heran. Weil Sesemsky trifft zum 5 zu 3. Wieder nur 38 Sekunden zwischen den beiden Toren. Frankfurt hat tolle Moral bewiesen. Und Jenicke ein drittes Mal überwunden. Und sie versuchen alles. Nehmen später noch den Torhüter raus. Haben hier nochmal die Möglichkeit. Aber Jenicke mit der Fanghunter. Und so bleibt es dann am Ende beim 5 zu 3. Für die Iserlohn Roosters. Weil Jenicke hier zur Stelle ist. Wir haben die Chance im zweiten Drittel gehabt. Und zwei blöde Tore gekriegt. Und zum Schluss raus. Ja, das ist halt das Spiellauf. Du machst natürlich Druck. Und wir schauen, dass du wieder nach vorne kommst. Das war halt nicht so. Müssten wir einen Kauf nehmen, wenn wir verloren haben. Ja, wir haben drei Punkte. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber ich glaube, dass... Ja, wir können viel aus dem Spiel mitnehmen. In bestimmten Situationen müssen wir uns ein bisschen cleverer anstellen. Gerade wenn wir ein Tor geschossen haben. Da dürfen wir nicht so direkt wieder eins hergeben. Aber im Großen und Ganzen war es echt ein solides Eislockeyspiel von uns. Ein spektakuläres Spiel geht zu Ende. Iserlohn am Ende mit dem Sieg. Gewinn 5 zu 3. Und rückt näher an die Löwen aus Frankfurt in der Tabelle. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. Wegen von Sebastian Ich bin sehr froh. Und jetzt kommt die Löwen aus Frankfurt. Hier wird einer in der Tat. Vielen Dank.